Die Narrenzunft Schömberg ist eine Narrenzunft, deren Aufgaben als gemeinnütziger eingetragener Verein die Bewahrung der Traditionen der Fassnetz und die Ausrichtung der Narrensprünge in Schömberg ist. Schömberg im Zollernalbkreis gilt als eine Hochburg der schwäbisch-alemannischen Fassnetz. Die Schömberger Fassnetz ist überregional bekannt für den Narrenzans Dr. Bolanes. Geschichte Die Entstehung der Schömberger Fassnetz lässt sich bis zum Jahre 1796 zurückverfolgen. Das erste noch erhaltene Narrenkleid stammt aus dem Jahre 1812, welches sich heute noch im Privatbesitz eines Schömberger Einwohners befindet. Jedoch erst im Jahre 1922 wurde die Narrenzunft Schömberg als eingetragener Verein offiziell gegründet. Davor wurde die Fassnetz von den Handwerkerzünften organisiert und durchgeführt. Während des Ersten wie auch während des Zweiten Weltkriegs sowie in dessen Nachkriegszeit fand keine bzw. fast keine Fassnetz in Schömberg statt. 1946 haben die damaligen Zwanzger, wenn auch unter sehr schlechten Umständen, ihre Zwanzger Fassnetz gefeiert. Obwohl dies von der französischen Besatzungsmacht nicht genehmigt wurde. Gleiches wiederholte sich im Jahre 1948. Erst ein Jahr später akzeptierte die Militärregierung die Wahl eines Narrenrates. Im Jahre 1963 fand zum ersten Mal ein Narrentreffen in Schömberg statt, welches von der Narrenzunft organisiert wurde. Aus dem Erlös wurde ein Jahr später der von dem Künstler Alfred Sessler gestaltete Narrenbrunnen am Schömberger Marktplatz eingeweiht. Bei der offiziellen Einweihung floss Rotwein aus dem Brunnen. In den 1970er Jahren begannen einige Narren gegen Mitternacht des Fassnetz-Heilis mit dem heute genannten Mitternachtsbolanes. 1977 wurde diese Idee von den damaligen Zwanzgern mit einem Fackelverkauf für den letzten Umzug auf alle Fassnetzgänger zugänglich gemacht. Heute ist die Mitternachtspolonese nicht mehr aus der Schömberger Fassnetz wegzudenken. Gehört jedoch nicht zum offiziellen Programm der Schömberger Fassnetz. Zwei Jahre später bat das Europäische Maskenmuseum in Bienche um ein Schömberger Fransenkleidle, welches der Narrenrat bei einem Ausflug dorthin überreichte, fand das erste Mal der Zunftball statt. Im Jahre 1988 konnte die Schömberger Narrenzunft dank einer großzügigen Spende die eigene Zunftstube sowie das Narrenmuseum verwirklichen. Während des Zweiten Golfkriegs sah sich die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, in welcher die Narrenzunft Schömberg seit 1929 Mitglied ist, durch den enormen Mediendruck gezwungen, den Mitgliedszünften zu empfehlen, ihre Fassnetz-Veranstaltungen abzusagen. Auch der Schömberger Narrenrat sagte die Fassnetz nach längeren Diskussionen ab, was den Zwanzgern verständlicherweise nicht zusagte. So wagten die Zwanzger am Fassnetz-Sonntag den Verkauf der Narrenblättle sowie den Narrensprung am Fassnetz-Montag, bei dem sie von weiteren mutigen Schömberger Narren begleitet wurden. Mit der Fassnetz 1997 begann die systematische Erfassung und Nummerierung aller Schömberger Narrenkleider. Diese werden mit einem Aufnäher, auf dem das Schömberger Wappen, der Schriftzug Narrenzunft Schömberg sowie eine Nummer aufgestickt sind. Ausgestattet, aktuell sind über 1700 Kleidle registriert. Am 4. und 5. Februar 2012 fanden anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Narrenzunft und dem 200-jährigen Bestehen des alten Harzers die Schömberger Narrentage statt. Ablauf der Schömberger Fassnetz Die Fassnetz in Schömberg beginnt nicht wie anderswo am 11. November, sondern am 5. Januar, dem Tag vor, Dreikönig mit der Generalversammlung der Narrenzunft in der Stauseehalle in Schömberg. Neben den üblichen Abläufen einer Hauptversammlung wird hier das erste Mal, beim Einlauf der 20er, die mit einem Fransenkleidle oder Fuchswadel bekleidet sind, der Narrenmarsch gespielt. Die restliche Versammlung unterscheidet sich nur kaum von denen eines Sport- oder Musikvereins. Die Versammlung endet mit dem gemeinsamen Singen des Schömberger Narrenliedes. Stimmberechtigt ist jedes Mitglied der Narrenzunft, welches im Jahr zuvor mindestens einen Euro-Mitgliedsbeitrag geleistet hat. Anders als bei Vereinen normal üblich wird der Beitrag nicht überwiesen oder per Lastschrift eingezogen. Der Narrenrat zieht die Mitgliedsbeiträge während einer Haussammlung ein. Jeder Narrenrat hat ein zugewiesenes Gebiet, welches er in der Zeit nach Dreikönig bis zum Schmotziger abarbeitet. Am Dreikönigstag, dem 6. Januar, findet das Abstauben statt. Die Zwanzger besuchen die wichtigen Narrenhäuser im Städel und stauben mit einem sogenannt Vertravesch die bereitgelegten Narrenkleidle und Larven symbolisch ab. Ab 2. Februar gehen kleinere Gruppen oder Jahrgänge, Maschgera. Diese verkleiden sich meist bis zur Unkenntlichkeit und ziehen durch Gaststätten und auch Privathäuser. Früher ging man an Dienstagen, Donnerstagen oder Sonntagen meistens abends zum Maschgera. Zeitenweise beschränkte es sich dann nur noch auf die Samstagabende, wobei in den letzten Jahren die traditionellere Variante wieder mehr Zustimmung gefunden hat. Ab Anfang Januar finden an vereinzelten Wochenenden Narrentreffen statt. Die Schemberger Narrenzunft geht die d. r. höchstens auf 2 Narrentreffen, auch wenn die Anzahl der Einladungen meist größer ist. Der Grund hierfür ist, dass die Wochenenden von vielen Gruppen zum Maschgera genutzt werden und bei einem Narrentreffen Wochenende weiter über 100 Narren nicht zu Hause sind. Worunter die Fassnetz im Ort leidet, seit den 1990er Jahren, findet am Samstag vor der Fassnetz der sogenannte Maschgera-Tag statt, weshalb an diesem Wochenende grundsätzlich keine Narrentreffen besucht werden. Der seit 1981 veranstaltete Zunftball findet meistens 2 oder 3 Wochen vor der eigentlichen Fassnetz statt. Das Programm wird von den 20ern und 19ern sowie dem Narrenrat, Vereinen und privaten Gruppierungen gestaltet. Als Schmotziger bezeichnet man den ersten Tag der Fassnetz. Dies ist immer ein Donnerstag, welcher sich, wie Ostern, nach dem ersten Frühjahrsvollmond richtet. Der Aschermittwoch, welcher 6 Tage nach dem Schmotziger ist, ist 40 Tage vor Ostern. Somit beginnt die eigentliche Fassnetz 46 Tage vor Ostern. Am Schmotziger treffen sich in der alten Hauptstraße Zwanzga, der Narrenrat und ca. 20 Fransennarren und Fuchswedel, welche sich um 9 Uhr morgens auf den Weg in die beiden Schemberger Kindergärten sowie der Grund, der Haupt- und Realschule machen. Hier wird der Narrenmasch das erste Mal an der Fassnetz gespielt und zusammen mit den Kindern der erste Reigen durch alle Räume getanzt. Die Kinder erhalten danach von den Narren und vom Narrenrat Süßigkeiten. Die Einzelfiguren tragen die D. R. die Zwanzga. Um 14 Uhr treffen sich vor dem Gasthof Plettenberg hunderte Kinder, Jugendliche und Eltern zum Teil auch aus den Nachbargemeinden zum Kinderumzug. Die Jugendlichen und die Zwanzga tragen Zivilkleidung, meist eine Jeans und einen schlichten Pullover und den Kopf der jeweiligen Figur, sowie einen Geschällriemen von links nach rechts. Dieser Brauch kommt aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo es kaum Familien gab, die eigene Narrenkleider besaßen. Die wenigen Narrenkleider, die es gab, waren auf die Größe einen ausgewachsenen Mannes zugeschnitten. Damit die Jugendlichen auch mal jucken konnten, lieh man ihnen die Larven und einen Geschällriemen. Die restlichen Teilnehmer gehen als Maschke. Musikalisch umrahmt wird der Umzug von der Jugendkapelle und der Stadtkapelle Schemberg. Der Umzug führt als erstes zur Firma Lindner, wo die Kinder und Jugendlichen mit einer Tafel Schokolade und Getränken begrüßt werden. Nach einer kurzen Pause geht es weiter über die Flügelstraße, Dorfgasse und Schweizerstraße auf den Marktplatz, wo einmalig an der Schemberger Fassnetz an Kleener Bolanes stattfindet. Nach dem abschließenden Walzer geht es gemeinsam in die Stauseehalle, wo alle Kinder, welche am Umzug teilgenommen haben, ein Getränk vom Narrenrad bekommen. Am Abend des Schmotziger gehen viele Gruppen noch einmal Maschkra und in allen Lokalen wird zum Tanz eingeladen. Die Feierlichkeiten ziehen sich oftmals bis in die Morgenstunden des nächsten Tages, bei denen schon manche von der Helligkeit überrascht wurden. Am Freitag nach dem Schmotziger ruhen aus Respekt vor dem Kreuzestod Jesu Christi alle fassnächtlichen Aktivitäten. Am Samstag findet die Fassnetz ausschließlich abends statt. Hier gehen die Jahrgänge der 15er bis 20er, aber auch viele andere Jahrgänge und Gruppierungen traditionell in den ausgefallensten Verkleidungen. Maschkra Bei diesem Maschkra handelt es sich um verschiedene Jahrgänge, welche je ein eigenes Motto haben und sich auf diese Art der Öffentlichkeit präsentieren. Ziel der Gruppen ist es, sich in möglichst vielen Gaststätten präsentieren zu können. Oftmals führen sie Süßigkeiten, ein kleines Vesper oder einen Schnaps mit sich, welchen sie an die Gäste verteilen. Der gemeinsame Einzug in die jeweilige Gaststätte wird meistens musikalisch umrahmt, oftmals in Anlehnung an das Motto. Fassnetz-Sondig Der Sonntag beginnt traditionell mit dem Gottesdienst um 9 Uhr in der Stadtkirche. Für die Zwanzger, wie auch für viele andere Narren ist dies ein Pflichtbesuch, da dies offiziell zur Schemberger Fassnetz dazu gehört. Die Narren besuchen den Gottesdienst im Kleidle, jedoch ohne Lafe und Geschell. In der ersten Bankreihe sitzen die Zwanzger in Frack und Zylinder, von denen eine Delegation als Ministranten dem Pfarrer zur Verfügung steht. Der Pfarrer oder der Diakon halten an diesem Sonntag eine launige, gereimte Predigt. Beim Auszug aus der Kirche wird vom Organist der Narrenmarsch auf der Kirchenorgel gespielt. Nach dem Gottesdienst verkaufen die Zwanzger paarweise das Schemberger Narrenblättle, mit Ausnahme von Zwein. Diese bewegen sich in einer Kutsche oder zu Pferd durch die Straßen Schembergs und rufen die Fassnetz aus. Dazu tragen sie historische Landsknechtuniformen. Um 14 Uhr startet wiederum am Gasthof Plettenberg der große Umzug. Hunderte von Narren und Fuchswedeln jucken durch strengstens festgelegte Gassen und über den Marktplatz. Auf dem nach dem Umzug der Schemberger Narrenthans Dr. Bolanes folgt, musikalisch umrahmt wird der Umzug und die Polonaise von vier Musikkapellen. Der Stadtkapelle Schemberg, der Jugendkapelle Schemberg, dem Musikverein Ratshausen und dem Musikverein Zimmern U.D.B. Bei Schönwetter können es bis zu 800 Teilnehmer sein. Die Straßen und der Marktplatz werden von über 1000 Besuchern umsäumt. Der Abend fällt im Verhältnis zu den anderen Abenden bei vielen eher etwas ruhiger aus. Grund dafür ist der Narrensprung am Montagmorgen um 8,11 Uhr. Der Montag zählt wie der Dienstag zu den absoluten Feiertagen. Diese beiden Tage sind die Haupttage der Schemberger Fassnetz. So gut wie alle Narren haben an diesen beiden Tagen freigenommen, sofern sie in einem Ort arbeiten, an dem die Fassnetz keine Rolle spielt. Schemberger Unternehmen haben an diesen Tagen meist den Betrieb eingestellt. Los geht's um 8,11 Uhr auf dem Flügel Bühle. Von dort geht es noch ohne hörbare musikalische Begleitung in Richtung Marktplatz, wo sich die Stadtkapelle postiert hat und den Narrenmarsch spielt. Von dort geht es dann zum ehemaligen Gasthaus Waldhorn, wo sich die Formation der Narren dann auflöst. Die ersten Getränke werden dann in den umliegenden Lokalen eingenommen, bevor sich die Narren dann um 9,15 Uhr am Waldhorn zum Narrenlied aufstellen. Danach geht es wieder in die umliegenden Gaststätten oder Privathäuser. Bereits um 10,31 Uhr geht es allerdings weiter. Der Haupttakt steht bevor. Dr. Bolanes startet pünktlich auf dem Marktplatz, wo sich alle Narren wieder versammeln. Nach der Polonaise, die oftmals bis zu anderthalb Stunden in Anspruch nimmt, suchen die Narren wiederum die Gast- oder Privathäuser zum Mittagessen auf. Um 14,31 Uhr findet der große Kinderumzug erneut vom Gasthaus Plettenberg beginnend in Richtung Marktplatz statt, bei dem auch die anderen Narren teilnehmen. Danach gibt es für die Kinder Wurst und Wecken bei der Zinscheuer. Gegen 18,00 Uhr haben alle Narren ihre Geschirrriemen zu Hause. Denn vor dem Bettzeitläuten um 18,00 Uhr müssen diese zu Hause abgelegt sein. Eine gute Gelegenheit, um auch die Larve heimzubringen, da diese am Abend nicht mehr benötigt wird und man die Gefahr auf Verlust oder Beschädigung trotz großer Achtsamkeit vermeiden will. Manche ziehen sich um und legen wieder ein Maschgerkwand an, andere gehen im Narrenkleidle fast netzzeitig. Am Dienstag, dem letzten Tag, beginnt die Narren etwas später. Erst um 10,02 Uhr treffen sich die Narren wieder in der unteren alten Hauptstraße. Es folgt das Narrenlied mit anschließendem Reigen vor der Kanone. Um 11,00 Uhr findet dann die große Polonaise auf dem Marktplatz statt. Hinter den Fransen Narren und Fuchs wedeln rein sich eine große Anzahl an Maschger ein. Danach ziehen die Narren von Gasthaus zu Gasthaus und je später der Tag, desto schwerer die Beine der Narren. Der letzte Reigen endet pünktlich um 18,00 Uhr zur Bettzeit vor der Kanone. Zu diesem Zeitpunkt endet die offizielle Fassnetz. Gegen Abend verkaufen die Zwanzger jedoch Fackeln für den noch anstehenden Mitternachtsbolanes. Um ca. 23,30 Uhr versammeln sich noch alle noch Anwesenden auf dem Marktplatz und jucken ein letztes Mal. Einige Musikanten spielen dazu den Narrenmarsch in verschiedenen Varianten. Mal normal, mal ganz schnell und mal ganz langsam. Ein Sinn ergibt die Formation der Narren nicht mehr. Alles tanzt wild durcheinander. Um spätestens 23,59 Uhr stoppt der Klang des Narrenmarsches und die Zwanzger versammeln sich um einen bereitgestellten Eisenwagen. In den alle Fackel geworfen werden, um das Feuer stehen die Zwanzger in der ersten Reihe. Das erste Mal werden die Fackelasson-Dichs-Lieder gesungen, bei denen sich die ein oder andere Träne bei manchen doch zeigt. Am Aschermittwoch haben nur noch die Zwanzger eine Aufgabe. Sie laufen noch einmal in Frack und Zylinder zu den Schömberger-Geschäften, um Spenden zu sammeln. Damit sie ihre Schulden und Rechnungen bezahlen können, zum Dank verteilen sie Heringe und Brot an die Geschäftsleute und Passanten. Voraustragen sie ein Holzkreuz, an dem leere Geldbeutel hängen, als Zeichen, dass alles Geld versoffen ist. Die Zwanzger bekommen auf ihrem Weg viele kleine Geschenke, welche sie alle an dem Holzkreuz befestigen. Der Narrenrat entfernt an diesem Tag die Straßendekoration und geht anschließend zum gemeinsamen Schneckenessen. Viele weitere Gruppierungen schließen sich dem an und füllen nochmal alle Schömberger-Lokale. Von Donnerstag bis Samstag gehen die Zwanzger in den Wald und bereiten das Fackelfeuer, das am Sonntag abgebrannt wird, vor. Am Samstag nach der Fassnetz bauen die Männer der Jahrgänge mehrere Hexen und eine Schild mit dem Jahresmotto des Jahrgangs für das am kommenden Sonntag stattfindende Fackelafier. Die Jugendlichen treffen sich an im Vorfeld meist geheimen Orten, um die Hexen zu bauen. Damit andere Jahrgänge diese nicht im Vorfeld stehlen können, was immer wieder versucht wird, um dem anderen Jahrgang einen Streich zu spielen. Die Zwanzger helfen an diesem Tag dem jüngsten Jahrgang beim Bau der Hexen und bauen parallel selbst noch Hexen. Am Abend laden die jungen Männer die jungen Frauen ihres Jahrgangs zum morgigen Fackelafier ein. Hier treffen sich die Jahrgänger in vorher vereinbarten Gruppen und man lädt die Jahrgängerinnen eher symbolisch ein. Hierbei wird häufig ein Vesper oder Abendessen zu sich genommen. Danach treffen sich meistens alle Jahrgänge im Städte. Jahrgänge, die im Jahr zuvor Runden, Geburtstag feiern konnten, beteiligen sich oft auch noch einmal am Fackelafier. Der Sonntag nach der Fassnetz, der erste Fastensonntag, ist der Fackelasondig. Frühmorgens geht es für die Zwanzger auf dem Festplatz bei der Haupt- und Realschule los. Mit Hilfe erfahrener Schemberger wird das Fackelafier aufgebaut. Das Holz für das meterhohe Werk haben die Zwanzger seit Donnerstag, manchmal auch schon vor der Fassnetz, vorbereitet. Die jungen Männer der anderen Jahrgänge holen am Spätnachmittag ihre Hexen und das Schild aus den Verstecken und tragen sie rechtzeitig zum Bettzeitleuten zur Stadtkirche. Sobald die Hexen und das Schild an der Kirche stehen, dürfen sie von niemandem mehr gestohlen werden. Meist treffen sich die Jahrgänge schon etwas früher, um in den umliegenden Lokalen noch ein Getränk zu sich zu nehmen. Währenddessen pilgert der Rest der Bevölkerung zum Holzstoß auf den Festplatz und betet zusammen mit den Zwanzgern nach dem Bettzeitleuten den Engel des Herrn. Kurz danach wird der Holzstoß von den Zwanzgern mit einem Brandbeschleuniger übergossen und angezündet. Sobald der Rauch in den Himmel steigt, schickt ein Zwanzger, der sich vor der Kirche in Stellung gebracht hat, den ersten Jahrgang auf den Weg zum Verklavier. Dann geht es zu den Klängen der Verklasson des Lieders O. Straßburg, ein Wächterlein auf dem Türmlein saß und nun ade jetzt geht's zu Ende, los. Auf dem Weg zum Verklavier gibt es weitere Stationen, wo die Jugendlichen von den Zwanzgern empfangen werden. Am Feuer angekommen, läuft der jeweilige Jahrgang in einem genau bestimmten Ablauf singend um das Feuer und wirft am Schluss die Hexen hinein. Das Schild wird mitgenommen und bis zur eigenen Zwanzgerfassnetz aufgehoben. Erst dort werden alle Schilder verbrannt. Den Abschluss machen die Zwanzger, welche ihre alten Motto-Schilder, das Holzkreuz vom Aschermittwoch und so weiter, als letztes ins Feuer werfen. Die anderen Jahrgänge gehen danach zum Essen in die Gasthäuser. Hier wird zusammen noch einmal gefeiert und die enge Verbundenheit zur Fassnetz- und zur Tradition mit alten Schömberger-Liedern, Trinksprüchen und so weiter aufrechterhalten, der Abend bzw. Die Nacht klingt meistens mit einem erneuten Besuch am Verklavier, wo die Zwanzger die ganze Nacht sitzen werden, aus. Die Fassnetz ist endgültig aus und die Narren müssen nun lange warten, bis es am 5. Januar erneut losgeht.